Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Ich bin Markus Schneider und heute haben wir sensationelle Neuigkeiten für Sie. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihr Bankkonto und sehen plötzlich 5000 Euro mehr als erwartet. Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Für genau 237.456 Rentner in Deutschland wird dieser Traum am kommenden Montag, dem 15. April 2024, Wirklichkeit. Aber woher kommt dieses Geld? Und wer genau hat Anspruch darauf? Bleiben Sie dran, denn wir werden alle Details zu dieser überraschenden Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung für 2024 enthüllen. Im Jahr 2024 erlebt das deutsche Rentensystem eine bedeutende Veränderung. Die Bundesregierung unter Kanzlerin Dr. Sabine Müller hat nach monatelangen Debatten beschlossen, eine einmalige Sonderzahlung von 5000 Euro an bestimmte Rentner auszuzahlen. Diese Maßnahme, bekannt als Rentenbus 2024, zielt darauf ab, die finanzielle Situation vieler älterer Bürger zu verbessern, die von steigenden Lebenshaltungskosten betroffen sind. Lassen Sie uns einen Blick auf die Zahlen werfen. Die Inflationsrate in Deutschland liegt aktuell bei 3,7 Prozent, während die durchschnittliche Rente in den letzten fünf Jahren nur um 2,1 Prozent pro Jahr gestiegen ist. Diese Diskrepanz hat zu einer realen Kaufkraftminderung von etwa 8 Prozent für viele Rentner geführt. Doch wer genau profitiert von dieser Auszahlung? Die Kriterien sind spezifisch, Rentner, die mindestens 20 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und deren monatliche Rente unter 1.350 Euro liegt, kommen für diese Einmalzahlung in Frage. Aber wie wurde dieser Schwellenwert festgelegt? Und warum gerade 20 Jahre Beitragszalt? Dr. Klaus Wagner, Rentenexperte an der Universität Berlin, erklärt, der Schwellenwert von 1.350 Euro wurde gewählt, weil er knapp über der Armutsgefährdungsgrenze liegt, die derzeit bei 1.251 Euro für Einzelpersonen in Deutschland liegt. Die 20 Jahre Beitragszalt sollen sicherstellen, dass langjährige Beitragszahler belohnt werden. Die Ankündigung hat in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Viele fragen sich, ist dies ein Zeichen für eine grundlegende Reform des Rentensystems? Oder handelt es sich um eine einmalige Maßnahme zur Abfederung aktueller wirtschaftlicher Herausforderungen? Bundesarbeitsminister Thomas Becker betont, dies ist eine notwendige Sofortmaßnahme, um die akuten Probleme vieler Rentner zu lindern. Gleichzeitig arbeiten wir an einer umfassenden Reform des Rentensystems, die wir voraussichtlich im Herbst 2024 vorstellen werden. Experten sehen die Auszahlung zwiespältig. Prof. Dr. Maria Schmidt von der Deutschen Rentenversicherung begrüßt die Maßnahme, für viele Rentner bedeutet dies eine erhebliche finanzielle Entlastung. Besonders in Zeiten steigender Energiekosten und Mieten ist diese Unterstützung dringend notwendig. Andererseits gibt es Bedenken hinsichtlich der langfristigen Finanzierbarkeit solcher Maßnahmen. Der wirtschaftsweise Prof. Dr. Jürgen Mayer bahnt, diese Einmalzahlung kostet den Staat rund 1,19 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 0,3 Prozent des gesamten Bundeshaushalts für 2024. Wir müssen sorgfältig abwägen, wie solche Maßnahmen langfristig finanziert werden können. Wie wirkt sich diese Einmalzahlung auf den Bundeshaushalt aus? Finanzministerin Sandra Klein erklärt, wir haben diese Ausgabe durch Umschichtungen im Haushalt und eine leichte Erhöhung der Tabaksteuer um 2,5 Cent pro Zigarette finanziert. Dies wird keine negativen Auswirkungen auf andere Sozialleistungen oder geplante Investitionen haben. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die technische Umsetzung. Wie stellt die Deutsche Rentenversicherung sicher, dass alle berechtigten Personen pünktlich ihr Geld erhalten? IT-Direktor Michael Bauer erklärt, wir haben unser Computersystem RentePlus aufgerüstet, um die Auszahlung zu bewältigen. In den letzten drei Monaten haben wir über 100.000 Arbeitsstunden in die Vorbereitung investiert und 50 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Für viele Rentner bedeutet diese unerwartete finanzielle Unterstützung eine erhebliche Erleichterung. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen. Gisela Hoffmann, 73, aus Hamburg, sagt, ich kann es kaum glauben. Mit diesem Geld kann ich endlich meine Waschmaschine reparieren lassen und vielleicht sogar einen kleinen Urlaub an der Ostsee machen. Herbert Müller, 68, aus München, plant langfristiger, ich werde das Geld in energiesparende Haushaltsgeräte investieren. Das wird mir helfen, meine monatlichen Kosten zu senken. Doch was raten Finanzexperten? Steuerberater Uwe Schmidt empfiehlt, es ist verlockend, das Geld sofort auszugeben, aber ich rate meinen Klienten, mindestens die Hälfte für unvorhergesehene Ausgaben zurückzulegen. Die andere Hälfte kann für dringende Anschaffungen oder zur Schuldentilgung verwendet werden. Die Auszahlung hat auch politische Diskussionen ausgelöst. Oppositionsführerin Dr. Anna Weber kritisiert, diese Einmalzahlung ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen eine nachhaltige Reform des Rentensystems, die langfristig für stabile und ausreichende Renten sorgt. Interessanterweise hat die Ankündigung auch Auswirkungen auf die jüngere Generation. Eine Umfrage unter 1000 Personen zwischen 18 und 35 Jahren, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Deutschpol, ergab, dass 62% der Befragten nunmehr Vertrauen in das Rentensystem haben. Zum Abschluss möchten wir Sie, liebe Zuschauer, fragen, was halten Sie von dieser Maßnahme? Glauben Sie, dass solche Einmalzahlungen der richtige Weg sind, um die Altersarmut zu bekämpfen? Oder sehen Sie andere Lösungen für die Herausforderungen im Rentensystem? Lassen Sie uns wissen, was Sie denken. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, denken Sie daran, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren, um keine Updates zur Rentenentwicklung in Deutschland zu verpassen. Übrigens, nächste Woche sprechen wir mit Rentenexperte Prof. Dr. Lars Schulze über mögliche langfristige Reformen des Rentensystems. Sie werden nicht glauben, welche revolutionären Ideen er vorstellt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Markus Schneider und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ihre Rente, Ihre Zukunft.